Hey Leute, hier habe ich jetzt für euch das Wukong Augment Einhüllende Wolke für Wolkenläufer. Ich sage mal ganz kurz, wie es ist. Für mich persönlich ist dieses Augment einfach eine Niete. Also, was macht es, wenn wir Wolkenläufer aktivieren und Verbündete innerhalb von 4 Meter der Wolke sind? Innerhalb von 4 Meter der Wolke? Wow, geiles Deutsch. Innerhalb von 4 Meter der Wolke? Das kann man nicht richtig übersetzen. Oder in einen Kontext bringen, der groß Sinn macht. Auf jeden Fall, wenn die innerhalb von 4 Meter sind, werden die für 14 Sekunden unsichtbar und das skaliert mit Fähigkeiten Dauer. An sich wäre das cool. An sich, in der Theorie, in der Praxis. Warum? Als erstes mal, es gilt nur für Verbündete, für Wächter, für Spectre und zum Beispiel auch so Befreiungsziele. Ja, es gilt nicht für uns selbst. Also wir bleiben sichtbar, wenn wir aus dem Cloudwalker rauskommen. Und sobald unsere Verbündeten mit irgendetwas angreifen, also mit einer Waffe angreifen, egal ob Silent oder nicht, werden sie wieder sichtbar. Sie können noch Warframe-Fähigkeiten benutzen. Ja, also zum Beispiel World of Fire funktioniert noch von Ember. Aber unsere kompletten Verbündeten können keinen Angriff mehr machen oder sie werden sichtbar. Und das in Kombination damit, dass Wukong selbst nicht unsichtbar wird. Äh, ja sorry, das ist ein sehr, sehr spezielles Gimmick. Ich könnte es mir zum Beispiel vorstellen... Okay, jetzt muss ich gerade wirklich nachdenken. Wo könnte ich mir das vorstellen? Ich hätte gesagt, irgendwelche Missionen, wo wir von Anfang bis Ende nur durchrushen, ohne irgendwelche Gegner zu töten. Aber so Missionen haben wir wirklich relativ selten. Also, wie ich eben schon gesagt habe, diese Befreiungsmissionen, da könnte man es machen. Also ganz am Anfang steht das Team da. Der Wukong aktiviert das, deaktiviert das, das Team flitzt durch. Weil ich habe ja schon gesagt, das Ganze skaliert mit Fähigkeiten Dauer. Das bedeutet, wenn ich hier schön auf Dauer gehe, da komme ich auf... Schauen wir gerade mal nach. Sagen wir 300%. Das bedeutet, mein Team ist für 40 Sekunden unsichtbar. Ja, das ist nett, aber mehr auch nicht. Also, ich persönlich muss gestehen, ich finde dieses Augment einfach nur Schrott. Sorry, aber ist halt meine Meinung. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst ein Abo und ein Like da und bis zum nächsten Mal.